letztes video für heute dann war es das auch für heute nach dank dem ehrenmann habe ich jetzt ein 6 von 10 siegeln also ehre geht wirklich an ihn raus auf jeden das sind sie jetzt nicht nur noch fast gefällt nur noch online spiele und wenn ihr findet dass die ehre raus geht dann schreibt es in die kamen wäre der schatten oh hey night Das war's. Oh, das gab's ein Tor, das gab's ein Tor. Oh, ist klar. Oh, das war's. Zweites Tor. 2-1. Ich warte noch bis er kommt, damit ich ein bisschen aufziehen kann. Nein. Nein! Also, wenn das keine Chance verraten wird Okay, das ist schon wieder so ein Spiel, er ist unentschieden, dann rasieren die mich. Das bitte vergessen. Wieso nie, hä? Oh, 3-3, oh la 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 la, das ist wirklich eine Spanne, das Spiel, ey. Ein Boost, ich hab keinen Boost. Wieso? 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 So will ich eine Niederlage haben. Wieso? 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 Danke. so wollte ich verlieren aber dieses auto ist wirklich gut im tor also dieses geländefahrzeug drei tore habe ich geschossen 4 zu 3 also so ist es ausgegangen 4 3 letzte folge für letztes video für heute morgen kommen auch wieder videos dann sehen wir uns in der nächsten folge bis bald und tschüss